Füge Gegnern Schaden während einer Fahrt in einem Fahrzeug zu, also insgesamt müsst ihr 300 Schaden verursachen. Ihr könnt entweder Gegner über den Haufen fahren oder ihr geht auf die Beifahrerseite und schießt aus dem Auto. Insgesamt müsst ihr wie gesagt 300 Schaden verursachen und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.